frischen die frischen dinge ich hab diesen busch gefressen sie sind eben die schnellsten denken sie sich sie können sich alles erlauben oh das Wort eintritt sie ja ist ja gut mann berühmt ihr neuer stelle Spinner das psychische Problem aber manche wollen gleich sagen nicht mit mir somit stich uns aber nur an dass wir gleich angegriffen werden ich weiß jetzt was sicher ist Pflanzenfresser oder Fleischfresser oh ich bin Raptor nach einer Gruppe mit Sicherheit auch Pflanzenfresser wenn du alleine bist dann vielleicht eher Fleischfresser oder eben Galinenbrimus wenn du schnell wegrennen kannst oh ganz viele Raptoren hallo oh ja ist ja gut regt euch ja ab ein Pache ein Pache kleiner rührt ihren Finger Gott komm doch nicht so an gerannt so knall oder was gleich begrüßungskommunitär gleich begrüßungskommunitär oh die Pflanzenfresser kommen ich hoffe ich woanders gehen geht weit ich gehe oben hin nicht mit mir Leute nicht mit mir nach sich an ich war sie hier spielt mit jemand anderem das Brüllen hört sich ja auch total bescheuert an oh hier oben hockt da rechts oh Gott warum spring ich denn Gottes Wille ah den kenne ich von PC hier die meisten PC-Spieler spielen auch ein ja wie wir wir auch PC spielen ja erst mal synchron hinsetzen synchron hinsetzen ah sie wird angepöbelt vom Rex wieder Entertainment wieder Entertainment so schön Entertainment dann fahre ich heim gehen zu dem Giga da der ist mir nicht vorher ach Nexo Nerox Nerox jetzt machen sie schon wieder den Trissi alle der hat uns doch bedroht und jetzt geht der Schand rein ne der Schand tötet den Trissi und jetzt sind beide fertig hier jetzt sind beide fertig hier Ich bin da am Ende. Dann tritt sie halt auch nicht mehr viel aus. Oh. Oh. Wie jetzt? Alter. Lauf doch nicht weg. Ihr läuft doch mal weg. Tötet ihn doch mal. Endlich. Meine Güte. Also Shantungu scheint hier so ein bisschen die Ordnungspolizei zu sein. Die Sushi. Und rumpel und rumpel und blutet. Gott, wie das hier aussieht. Innerhalb von ein paar Minuten, sagt ihr. Was sie hier drin wieder ins Schlachtfeld. Wie ist denn hier alles drin? Und dazwischen laufen überall die, flitzen die Raptoren hoch. Jetzt greift der den Shantungu an. Herr im Himmel, was soll denn das? Das ist dann die, 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 der Dank für die Hilfe. Oh. Unmöglich. Die Raptoren machen immer noch keine Spuren. Man kann immer noch spurlos verschwinden. Das haben ja so zarte Pfoten, weißt du. Hinterlassen keine Spuren. Und der Innerex lebt doch. Der hockt da am Blut. Ja, tut's auch. Willst du mal zu den Raptoren gehen? Oh. Willst du mal so cool, easy kommen? Mal humpeln, das Bino. Ei. Jetzt habe ich hier ein schlechter Gesellschafter. Der wird doch gleich umgelatzt. Ei. Oh Gott. Spino darf leben. Der Pach, der Pach überlebt einfach so knallhart, was heißt du? So ein Dickschädel. Der ist wieder da. Nein, tritt sie. Ja. Bestimmt derselbe tritt sie. Stressart tritt sie. Aber das sieht ja aus, wenn du sein Schild so ansiehst. Das sieht echt aus wie so ein Eulengesicht, ne? Muss ich jetzt nicht gucken. Ja, stimmt. Das sieht dringend von vorn her. Das sieht aus wie so ein Gesicht von einer Eule. Und der Spino lebt ja noch. Ja, er lebt noch. Er wurde nicht getötet. Aber der T-Rex, der ist eigentlich da auch ganz gut getarnt, wenn man sich so, wenn man nicht so genau hinsehen würde, würde man auch denken, der ist tot. Man sieht ja die Blutung. Ich bin normalerweise nicht der Fan, der sich neben ein Raptor hockt, weil die gerne dann auf die Idee kommen, ihn wegzunatzen. Weil es einfach so verführerisch ist, weil es so drei nebeneinander ist. Ja, ich hoffe, dass sich alles anstrengend ist. Krieg ich ein Genickbruch? Nö, so einfach mal sieht das ja nicht gar nicht aus. Ist das? Also, steife Hälse hatten die Radit, die du säuert und auch wieder nicht. Schon gar nicht die kleinen. So guter Kleiner, hoch sich dazu wie hier. Ach, wie süß. Muss gehen schon, Mann. Das ist so süß. Ja, da geh weg, Alter. Schleich nicht hier rum. Kleber, hau ab. Ich trau dem nicht, ne? Wir gehen weg. Gott, das wille. Alter, da kam dieser scheiß Dezera-Trupps ran, ran, gerast. Der wollte jetzt ernsthaft uns rammen, ne? Ich bin nicht dein Ernst. Du kranker Irrer. Und noch ein Dezera-Trupps. Drehst du so ein Ende? Da schleichen sich zwei Raptoren an die Dezera-Trupps ran. Ah, der hat sie ausgelockt, der Tritzi. Oder auch nicht und wieder rein. Hallo. Peace. Ein neuer Raptor ist angeklappt. Die wollte ich eigentlich tragen. Halt's, Paul. Hey, hau ab. Schleich dir einfach der Giger hier rein. Pass auf, den trau ich nicht. Hau ab. Such deinen anderen, ne? Jetzt geht's auf Abstand. Jetzt ist es mir zu viel gewuselt. Das ist unübersichtlich. Na, jetzt leckt's auch noch so rum hier. Bis sich wo die alle hinlecken. Schleich dir nicht so rum, ey. Leute, ihr verunsichert. Die Energiegeschlecht hier rum. Ah, das sind dann mal die, die kommen dann immer an und dann machen sie Rapsch und dann ist man tot. Geh weg. Wir wollen dich nicht. Das ist ja Top's Eulengesicht. Alle springen hier über mich drüber. Jetzt sucht er es weiter. Nein, nein, ey. Geh weg, Alter. Mann, ey. Das ist zu unübersichtlich. Ich geh weg. Ich suche mehr Abstand. Ich hab doch alle im Knall, Alter. Wuh! Äh, 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 äh! Gott. Pachi, mach den auch an. Mach doch mal auf. Mach mal auf eulengesicht. Geh doch mal weg. Eulengesicht, du hast Angst. Der hat doch auch eben Stress gesucht. Der Raptor da hinten, der traut, ja, was, der Schwarze. Der Patrick ist immer neben uns, ne? Das geht hier tatsächlich so schlecht. Also, mit dem Raptor kann man auf jeden Fall die Becken. Ja, dem geht das noch. Das ist noch normal. Nur bei den Großen haben sie es ein bisschen extrem übertrieben. Das wird voll langsam. Wo haben wir uns jetzt alle wieder beruhigt, ja? Sind alle Unruhestirpler jetzt rück? Und sich nach vorne glitschen. Ne, das ist sowas nicht. Ne, das muss ich nicht mehr bewegen können. Dann können wir doch jemalig auf unser Tod warten. Eskuba. Eskuba. Eskuba, you are friendly? Hey, 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 hey. Ruhig da mal. Der Patrick sieht aber auch geil aus, ne? Das Game Condem ist voll schön. Das ist hübsch. Ja, der hat mir sowieso sehr schönes. Ja, der hat mir sowieso schon längst ein Päck. Oh, eigentlich sind wir ja nur ganz locker. Oh, eigentlich sind wir ja nur ganz locker. Ich mach nochmal scheiße. Oh, wieder Leuchtturm spielen? Ja. Oh, ich hab schon die Nachtsicht an dessen. Aber wenn wir kurz ausmachen, jetzt ist das Ganze ganz dunkel. Man ist ausgewiesen. Ja. 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 Lass dir das ne Lehre sein. Was soll ich schreiben? Du hast ihn mit dem Arsch gezwickt. Ich glaub ich hab ihn weil ich glaub ich hab ihn sauer gemacht. Jetzt ist er sauer. Er ist sauer, er ist sauer. Ah, er fällt das Dreihorn. Jetzt ist er geil. Ja. Jetzt ist er geil. Oh. Jawoll. Au. Er hat mich erwischt aber ich hab irgendwann erst später damage gekriegt. Das Rapptornrudel wird auseinandergenommen. Lebst du noch? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Das Rapptornrudel hat mir zwei Blutungen gemacht aber... Drei Level. Pfff. Problem ist, der Spino kann mich knüpfen. Das ist was. Ja, ne, halt dich da jetzt mal raus und da kommst du bloß zu Tode. Kannst du ein bisschen berg raufkommen, ich sitz hier oben. Bin dabei. Okay. Ach, viel ist er gelebt, ne? Hm. Ach, hast du ne riesige Lage gemacht. Hei, hei, hei. Obwohl ich nur, ich hab ne Blutung drei eigentlich. Also ich werd's problemlos überleben. Na ja, Tritzi macht Blutung aber nicht viel Schaden. Und Spino versucht sich im Liegendrehen Kampf. Oh. Jetzt müsste man ankommen und ihn killen. Ich überlege jetzt, ey. Level 1. Beiß doch mal zu, ey. Mach ihn doch einfach tot. Mach ihn doch einfach tot. Was gehst du hier mit deiner Blutung? Ja, ich hab nur eins aber... Ach, hab ich gesehen, was? Ja. Oh, eben mal erwischt hab ich ihn. Na komm her. Jetzt suche ich den Kampf. Oh. Mir erinnert er jetzt auch... Der Giga macht überhaupt nichts, ne? Äh. Oh. Aua. Ich bin der letzte Überlebende. Ich hab ihn geknüpft, Alter! Ist er tot? Nein! Ah. Ah. Ah, der scheint... Ah, der scheint... Ah, wir haben ja gesehen, wie lange der mit dem... mit dem... mit dem Dingsen zu kämpfen hatte vorhin. Das ist keine einfache Sache. Wer tritts ja warte Tops. Er kann schein ne Menge einstecken, gerade gegen so kleine. Ich kämpfe blitzschnelle! Scheiße, hab ich hab ich. Ich komm jetzt als Großer, mal seh wie lang du brüllst. Mal seh wie lang du brüllst! So. Da hab ich günstiges wollen, da gehst du aufs Maul. Lass mich in Ruhe, Kickback. Der hat ne Mädchen in mir verlieben, ich hab ihn richtig blutig gebissen. Der war voll mit Bunsen. War er ja auch schon. So. Ah! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin bei der Action echt rausgekommen, ne? Oh. Und bin super gesporent. Ich bin nämlich bei dem Hauptpunkt gesporent. Hackst du, oder was? Ich glaube, den Hack! Scheiße, Hackro! Scheiß, Giga! Was du auch immer bist! Fang dich! Achto, jetzt bin ich wieder tot. Was warst du denn? Ich war Juta! Der kann sich jetzt warum anziehen? Den kill hole ich jetzt. Und wieder scheiße gesporent. Wo ist er? Da läuft der Giga rum. Was sagt denn der? Ich muss jetzt ausdauer kurieren. Na, wo bist du, du kleines Arschloch? Du bist im Driesborn, der kleine Pisser. Die, die Option müsste bei Sandbox rausgenommen werden, sodass wir wirklich gar keine Wahl haben als Verrecken. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ach, im Himmel. Was bist du jetzt? Ich bin T-Rex. Ich hol den jetzt. Wenn er jetzt schon tot ist. Ach, da ist der bescheuerte Giga, der rennt da bekloppt rum. Wie hat denn ihr gehießt? Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber ich wollte wiedererkennen, wenn ich ihn sehe. War das ein grünes Auto gehabt? Nee. Nee, jetzt war irgendwie was mit Quietsch. Quietschglieder, glaub ich. So, nee, das ist nur ein Schattung. Guck mal, jetzt hier auf die. Wenn wir da was die großen Staubchen gemacht haben. Das ist das grüne Auto. Warte, ey. Was für'n Stress. Was für'n Stress. Der ist tot. Na, hoffentlich. Der sieht doch aus, dass er tot ist. Gott, ist hier wieder ne Party, ey. Hier rennt alles panisch um den Kreis. Da liegen wir verteilt. Warte, ist das sicher, dass Shant ist der jetzt? Nee. Au, das ist der CSD. Der Shantongo. Das ist sowieso'n Streitsüchtiger. Der möchte alles töten. Den kannst du mal killen. Ja, der killt mich eher. Der Shantongo? Ja, der macht mir mit einem hieb'n Beinbruch. Oh Gott. Aber der ist auf jeden Fall'n Streitsüchtiger. Ich such' nur das eine Arsch. Oh, wer bist du da? Gibt dich zu erkennen? Nein, das ist Escobar. Da ist der Atizzeratops, der linke. Du bist ja. Was, ne? Du bist das auch nicht. Der hat nämlich dieselbe Skin an. Wer bist du? Der hinten, der so'n Wasser geht. Der sieht nämlich sehr verdächtig aus. Mit seiner Skin. Der müsste ja ne richtige Kill-Serie gehabt haben. Was? Was ich mach' ich guck' jetzt in die Aufnahme rein. Pssst. Da weiß'n sicher wer das ist. Ich glaub' der hat sich auch nicht... Ne, der Atizzeratops ist der Drop Zone. Ne, ne, Drop Zone 1. Ne, das war dieser... Elphand Shark 2D. Das war der Elphand. Wo ist er? Ja, das war dieser... Er ist aber nicht mehr hier. Ja. Weil der tot ist. Wird'n das da... Der Atizzeratops da ist, ah? Komm! Ne, der Atizzeratops ist der Drop Zone. Ne, hier ist ein anderer. Das war der... Der Raptor. Wo ist der Sack? Ach Gott. Und den greif' ich nicht an. Ich durf' nur einen Arschloch. Ich find' den noch. Ich find' den noch. Ich Leistung.